hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von secret files der tonguska ja ich bin jetzt lange lange hier rum geirrt ich habe es auch aufgenommen aber ich muss ganz ehrlich sagen es hat zu lange gedauert bis ich vielleicht auf des rätsels lösung gekommen bin ich bin mir jetzt noch nicht sicher aber es würde alles passen ich habe mir alles noch mal genau angeguckt wo zahlen sind also drinnen habe ich jetzt nirgendwo zahlen gefunden das heißt die einzigen zahlen denn hier auf dem nummernschild von mir oder auf dem nummernschild von dem auto meines also ihres vaters ich habe mir gedacht es wäre blödsinn wenn er jetzt ein code nehmen würde mit meinem nummernschild weil zum einen kann man nur bis fünf glaube ich oben die tastenzahl eindrucken also würde das nicht passen und zum anderen wenn ich jetzt mal nummernschild wechseln würde ohne dass er es weiß ja hat er auch nichts davon und es wäre nichts was er jetzt nachgucken könnte in dem fall ich habe mir den text noch mal angeguckt der ist ja auch hier drin ich glaube hier am anfang irgendwo war genau hier botschaft hier steht ja drin am auto die erste und die letzte müssen natürlich nummern sein das heißt die erste und die letzte nummer vom nummernschild würde ich jetzt als code nehmen und dann steht hier vom zugang in den untergrund was für mich heißen würde dass der kanaldeckel sein muss weil ja es nennt sich ja irgendwo ja es nennt sich nicht untergrund aber es ist ja im endeffekt eine art untergrund wenn man ja in die kanalisation so heißt die kanalisation reingeht ein viertel der löcher und schließlich die wächter meiner arbeit da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher was er mit die wächter meiner arbeit meint da habe ich bisher ehrlich gesagt noch nichts gefunden aber ich würde sagen dass die erste und die letzte zahl vom nummernschild wahrscheinlich was bedeuten könnten wenn ich müssen wir weiter suchen zugang in den untergrund ein viertel der löcher das heißt wir müssen jetzt diese ganzen löcher zählen das heißt wir hätten den code 23 ob gott wenn ich dir zähle moment 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 doch da haben angefangen und ich glaube nicht dass wir dezimalzahlen brauchen also ein viertel von 16 sind vier das heißt werden dann 234 aber ich weiß immer noch nicht was die wächter meiner arbeit benutzen bedeuten soll seine arbeit könnte das sein die wächter ja könnten theoretisch auch die fische sein so banal ist jetzt klingt es in vier fische drin also das würde sogar gehen ich wüsste sonst ehrlich gesagt nichts was jetzt die wächter seiner arbeit sein könnte oder die vier zettel das wäre dann auch wieder die vier wir probieren es jetzt einfach mal zwei drei aus die gas wort geschickt vor jaja was habe ich jetzt gesagt das war die zwei und die drei meine ich dann waren es vier löcher und vier fische passiert nichts scheint wohl der falsche code gewesen zu sein wenn ich daran denkt okay also ich habe keine ahnung was jetzt mit wächter gemeint ist wenn ich jetzt ehrlich bin ich mache jetzt einfach mal 234 und er sagte die wächter seiner arbeit also kann es die 1 wahrscheinlich nicht sein so fangen wir mal einfach mit der 2 das papa sich die zahlenkombination auf kassette gesprochen auf das passwort wird so schnell keiner kommen doch ich weiß glaube ich was mit den wächtern gemeint ist ah ja ich bin so blöd jetzt wo ich gerade sehe dass die zwei richtig war er hatte ja diese zwei ähm ächsenstatuen vor seiner arbeit das meint er sicher mit den wächtern seine arbeit ich wollte gerade noch gesagt haben ich gehe jetzt mal einfach ab zwei alles durch aber gut brauchen wir nicht mehr ja das ist ja wunderbar man liest keine mails von anderen leuten andererseits ungewöhnliche situationen verlangen nach ungewöhnlichen maßnahmen also fangen wir mal an zu schnüffeln im posteingang sind nur zwei mails eine über potenzsteigerung und eine über damen jenseits der 80 beides fasziniert mich nicht übermäßig der ordner gelöschte objekte ist leer aber unter gesendete objekte ist was an einen ok at nms.de betreff tunguska könnte interessant sein ich mach die nachricht mal auf hallo olek lange nichts von dir gehört mir geht es wieder ganz gut habe lange gebraucht die ganze sache zu verarbeiten wegen deiner anfrage schon eine ewigkeit her dass ich mich damit beschäftigt habe und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh ich hab die typen einmal unterschätzt dafür hat meine frau mit dem leben bezahlt ich habe mir damals geschworen das thema ein für alle mal ruhen zu lassen ist mir nicht übel aber dabei soll es bleiben aber jetzt wo du wieder in der nähe wohnst können wir uns ja mal treffen würde mich wirklich freuen dich mal wieder zu sehen melde dich und sagt bescheid wann und wo es dir passen würde dann sehen wir weiter wladimir kalenko papa hat die typen einmal unterschätzt und dafür hat meine mutter mit dem leben bezahlt was meint er damit sie ist doch durch einen auto unfall gestorben ich muss dringend kontakt mit diesem olek aufnehmen vielleicht weiß der etwas was mir weiterhelfen kann ja und wie mal sehen ob dieser olek dann steht dem mein vater diese e mail geschrieben hat ja hier alle kambuski der wohnt sogar ganz in der nähe vielleicht sollte ich ihm mal einen besuch abstatten das heißt wir können jetzt an einen anderen ort fahren nehme ich mal an die sache mit den fischen hätte aber theoretisch ja auch sein können aber jetzt wo ich dann mitbekommen habe dass die zwei stimmte ist es irgendwie logisch da fällt mir gerade ein ich habe bei dem vater am haus glaube ich gar nicht nachgeschaut ob ich ja wirklich alles gefunden hatte klar eine hoffentlich noch unbenutzte blaue mülltüte nehmen wir einfach mal die mülltüte mit kein problem liegt aus längst vergangenen zeiten als noch nicht jeder ein handy hatte ja ich glaube bei uns stehen sie glaube ich auch nirgendwo mehr ich bin jetzt nicht sicher weg wir können zum weg gehen okay viel sieht man jetzt hier nicht fensterspalt ja ich würde sagen viel sieht man jetzt hier wirklich nicht vielleicht muss man vorher mit ihm gesprochen haben und dann irgendwie nach hinten schleichen oder so besenstiel können wir den mitnehmen der stil eines besens könnte auch der stil einer schaufel sein steht zwar besenstiel drauf und nicht schaufelstiel aber okay ja warum nicht so einen riesigen besenstiel mal eben mitnehmen dieser kamburski scheint hobbygärtner zu sein selbst sein gartenschlauch ist grün muss ich aber ganz ehrlich sagen würde ich auch machen also mir einen grünen schlauch holen wenn ich die möglichkeit habe schade kann man nicht mit oder vielleicht auch im pinken oder lilan ich weiß es nicht aber ansonsten grün ist ja eigentlich so die farbe die man jetzt am ehesten erwartet würde ich mal fast sagen schauen wir uns erst mal hier von außen bisschen um das scheint ja auch irgendwie keiner drin zu sein ich benutze heute irgendwie sehr oft das wort irgendwie fällt mir gerade auf okay also das verschiebt sich nicht haben wir hier noch irgendwas außer die tür wo wir noch was machen können nein okay dann wollen wir doch mal klingeln oder klopfen oder auch beides oder auch nicht weil jetzt wieder was neues kommt ein kleines fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten freunde ja da ist eine klingel da kann man nichts nehmen durch dieses ding können die kleinen vierbeiner jederzeit rein und raus okay bis auf die klingel denke ich mal wird hier nichts mehr sein nein guten tag guten tag sind sie ohne kambuski ja wieso ich bin nina kalenko ja und ja also sie kennen meinen vater wladimir kalenko und ich dachte sie ich kenne keinen wladimir kalenko und jetzt entschuldigen sie mich bitte ich erhoffe mir den großen durchbruch bei der suche nach meinem vater und der typ lässt mich nicht mal ausreden ob ich irgendwas falsches gesagt habe oder vielleicht genau das richtige ja du bist ja nicht ganz so doof wie du aussiehst wir kommen jetzt hier wieder raus ich krieg hier oder ach so ja steht doch die ganze zeit zurück so jetzt gehen wir aber trotzdem vorsichtshalber hinten noch mal gucken nicht dass der vielleicht jetzt mit jemandem telefoniert oder so es ist ja dann meistens so in den filmen dass sie dann morgen morgens dass sie dann vorne einen an der tür abwimmeln und hinterrück sind sie dann irgendwo am telefonieren oder was am weg schaffen oder keine ahnung ist bin ich gut wenn ich doch nur mäuschen spielen und das gespräch mithören könnte ja vielleicht kannst du das ja auch wenn ich keine ahnung habe wie mein handy werde ich jetzt nicht daran kleben müssen oder okay also wir versuchen erst mal das fenster aufzubrechen kann man denn hat man denn hier irgendwo moment fress und wassernapf für das haustier mitten in der küche sehr hygienisch wenn wir jetzt der katze das handy vielleicht dran machen könnten also es klingt ein bisschen bescheuert telefoniert immer noch und er macht keinen besonders entspannten eindruck aber wir haben jetzt keine katze aber ich kann ja hier sonst nichts anklicken das ist das problem aber vielleicht kommt ihr wenn man nach vorne gehen oder wir müssen ja was zu fressen ich war gerade noch sagen vielleicht müssen wir ja was zu fressen in den napf rein tun aber offensichtlich brauchen wir das nicht perfekt so jetzt ein reiner jims bond manier kann man das machen ich möchte die katze irgendwie beschäftigen damit sie abgelenkt ist und ich in ruhe das handy an ihr befestigen kann ja dann mache doch irgendwas in den napf rein aber ich habe nichts zu essen oder wie lenkt man eine katze abteil 1 ob die aloe vera frisst ich weiß ja nicht okay anscheinend nicht salz auch nicht komisches komischen gesteinsbrocken möchte sie aber auch nicht fressen will die die mit besenstiel ablenken keine ahnung mit der tüte vielleicht tüte über den kopf und katze ist dabei das funktioniert auch alles nicht habe ich den keinen keinen futter oder irgendwas damit ich die ablenken kann jetzt mal ohne scheiß ich meine ich kann ja jetzt schlecht irgendwie im bleistift irgendwo rein rammen oder so aber da steht auch nirgendwo ein kleines fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten freunde so weit war ich auch schon oder kann ich eine hoffentlich noch unbenutzte blaue mülltüte die anderen mülltüten kann ich jetzt aber nicht untersuchen ob da etwas drin ist oder so kann ich nicht ist jetzt ach die kann man nicht nicht wenig anrufen sollte und selbst wenn ich das wüsste wozu zahle ich eine exorbitant hohe grundgebühr für mein handy wenn ich es nicht nutze ja das frage ich mich jeden monat und trotzdem bezahle ich die immer noch fleißig weiter ja ich muss sie ablenken das heißt ich brauche auf jeden fall irgendwie futter davon gehe ich jetzt mal aus ich denke mal dass mein vater also ihr vater kein futter hat ich werde aber trotzdem noch mal eben nachschauen ach so wo wir gerade hier sind ich wollte ja was ist das denn pflanzengerüst das haben auch noch nicht gesehen einige der sprossen sind zerbrochen sieht so aus als sei hier jemand hochgeklettert okay so ansonsten der schlau moment habe ich da gerade das ist aber doch jetzt neu oder das lag doch eben noch nicht da oder ein ganzer haufen zigaretten kippen da scheint wohl ein kettenraucher am werk gewesen zu sein seltsam dabei ist doch mein vater ein so strikter nichtraucher dass er seinen gästen sogar verbietet irgendwo auf dem grundstück zu rauchen hilft mir jetzt persönlich nicht weiter aber ist natürlich auch schon mal vielleicht ein hinweis man weiß es ja nicht ich kann aber immer noch nicht dieses futter hier nehmen jetzt auch nichts neues was man benutzen kann ich kann auch nichts irgendwie alles mal ein bisschen was von diesem öligen schleim in die schale echt jetzt aber nicht für die katze oder aber wir könnten es probieren ich habe jetzt eigentlich gedacht dass wir das schälchen haben damit wir uns irgendwas zusammenschustern können also irgend so eine biochemische lösung oder so jetzt sagt mir bitte nicht dass die katze wieder weg ist nein 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 oh mein gott ich dachte schon können wir das jetzt der katze geben nee auch nicht ja katze wo ist denn dein fresschen damit ich dir davon was geben kann ich brauche dich als spion dann muss ich da vielleicht salz noch drauf tun man weiß es nicht oder irgendwie vielleicht wasser vom wasserschlauch oder sowas kann ich das moment gartenschlauch vom wasserschlauch genau also mit dem gartenschlauch kann ich es nutzen aber das ist doch jetzt wasser oder porzellanschale mit wasser und wofür habe ich dann aloe vera da reingemacht soweit ich weiß mögen pflanzen wollte ich gerade sagen soweit ich weiß mögen katzen doch gar kein aloe vera also zumindest jetzt nicht dass es irgendwie besonders mögen oder so oder ich habe keine ahnung vielleicht war das jetzt auch unsinn und ich muss mir dann später noch mal aloe vera abbrechen wer weiß weiß aber es hilft alles nichts weil ich kann es trotzdem nicht reinmachen ist jetzt habe ich wasser drin hat das aloe vera verschleudert und kann dem tier trotzdem nichts geben ich habe gedacht vielleicht will die irgendwie was trinken das ist jetzt in der tat nicht so schön und hilft mir auch so gar nicht weiter diese neue wasserschale vielleicht könnte ich die dem auf den kopf hauen oder so wenn der aufmacht wenn er denn noch mal aufmacht man weiß es ja nicht es wäre auf jeden fall viel einfacher als wenn ich mir jetzt hier irgendein rätsel überlegen muss was ich damit machen soll ich bin ganz ehrlich ich verstehe keine haarige bis da die entweder schlafen oder fressen kann ich ihr nicht einfach eins auf den kopf aber dann geht ja nicht mehr rein das ist ja das problem wenn ich jetzt noch mal klingeln kann vorstellen dass der mir noch mal die tür aufmacht ja sowas habe ich mir auch schon gedacht aber ich habe ja oder kann ich nie aber die habe ich ja schon untersucht eine hoffentlich noch und ja die habe ich schon untersucht und so langsam schwindet auch schon wieder die zeit wir gehen nämlich schon wieder auf die 20 minuten zu ich gehe jetzt noch mal eben zum also beziehungsweise ich bin schon da ein museum aber da ist auch nichts was wir irgendwie übersehen haben oder so ich kann mir nur vorstellen dass ich irgendwo bei ihm futter finde aber oder kann ich nur noch stinkendes und vor sich hin gammelndes zeug drin da fasse ich bestimmt nicht noch mal rein der eimer ist voll mit wasser ja aber das bringt mir jetzt persönlich auch nichts weil ich brauche katzenfutter und kein wasser kann man auch nichts anklicken oder so ich gehe nochmal in die wohnung oder ist die pizza warum tue ich das schon der geruch tötet jeden möglicherweise existenten hunger ab aber in der notfrist der teufel ja bekanntlich auch pflegen ja und katzen vielleicht auch pizza also das werde ich jetzt mal eben ausprobieren beziehungsweise ich werde es ja werde ich es jetzt in dieser folge noch ausprobieren oder werde ich in der nächsten ausprobieren also ich hoffe dass wir dadurch weiterkommen und hoffe dass das alles was danach kommt nicht so lange ist damit ich nicht so lange überziehen muss sollte es nicht funktionieren ja keine ahnung dann ich kann es aber rein tun endlich werde ich mal dieses stinkende zeug los und der kleine schnucklige vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber eigentlich hätte ich da auch drauf kommen können ich meine das ist ja eine thunfischpizza gewesen haben die ja gesagt so dann probieren wir jetzt mal hier einen auf james bond zu machen die aufnahmefunktion des handys ist aktiviert ein ganz seltenes exemplar des europäischen wandelnden diktiergeräts jetzt müsste ich die katze nur noch irgend wieder zu bringen in die küche zu laufen und das könnte jetzt problematisch werden es sei denn hier und das wieder raus mhm lecker kalte pizza mit stinkendem thunfisch katzen kleine haare kann ich die schlagen oder so wer weiß oder irgendwie rascheln dass die dass sie da wegläuft im moment oder mit wasser aber da ist ja noch das handy dabei ist glaube ich nicht so gut anpiksen mit dem bleistift vielleicht damit sie abhaut ich weiß es doch nicht leute ich will jetzt hier auch nicht so lange überziehen ich hatte eigentlich gedacht dass ich das jetzt gibt mit dem salzstreuer vielleicht macht der ihr angst dass sie auf einmal aufspringt durch dieses ding können die kleinen vier jaja das ist mir schon klar und danach muss ich die dann ja auch wieder zurück locken das wird ja auch noch problematisch nehme ich mal an ich gucke jetzt sind noch mal ob da vielleicht irgendwas neues ist ansonsten würde ich sagen das kann ich den bis nach vorne ziehen vielleicht wahrscheinlich eher nicht nur kann ich hier noch mal reingucken irgendwas machen dass die reinkommt oder so da sind hier nur die zwei punkte fress und wasser nap für das haustier mitten in ja ja ich weiß ehrlich gesagt ich habe jetzt auf die schnelle keine ahnung ich werde jetzt noch mal ein paar dinge ausprobieren und dann ja hoffe ich dass ich dann dabei auch mal eine lösung finde ich werde noch mal kurz bei den dings hier gucken oleg ist ja nur chronisch unfreundlich ja gut von der katze selber steht jetzt hier nichts drin das fragezeichen von denen gesprochen haben ist auch nicht hier drin ja da wir jetzt schon gleich fünf minuten überzogen haben würde ich jetzt einfach mal sagen mache ich hier einen kleinen cut und werde dann soweit aufnehmen was ich hier alles versuche und werde das dann ja also das was hat nicht funktioniert vorher raus cutten und das entsprechend in der nächsten folge dann ausstrahlen ich bin echt mal gespannt was hier das rätsel lösung ist weil im moment stehe ich noch so ein bisschen wie die axt vom baum muss ich sagen aber was der erfe vom baum ihr seht schon ich bin gerade so dermaßen verwirrt ich habe einfach nicht die lösung auf dieses rätsel aktuell ja ich bedanke mich auf jeden fall dafür dass ihr zugeschaut habt und hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dann ciao ciao